servus und willkommen zurück in der bundesfilm anstalt zu einem neuen video schön dass sie wieder mit dabei seid ja und heute gibt es ein kleines update ja von der filmbörse in nürnberg gestern am 26 denn da war einmal wieder unterwegs mit meiner lieben frau und mit dem film for life andy und mit freaky rough und alle möglichen leuten die da wieder unterwegs waren es war wieder ganz wunderbares wetter war zwar absolut grauslich wir haben im moment schon absolutes april wetter jetzt vorhin haben wir mal zusammen also meine frau und ich mir mal im garten zu testweise unser neues zelt aufgebaut dass man dann fürs festival brauchen im sommer ja neues zelt dass man da geübt ist ja dann hat so mit schneien angefangen und wind und weißt du also das wetter ist im moment ein bisschen verrückt aber es scheint auch zwischendrin immer mal wieder die sonne das heißt es wird doch ganz wunderbar ja und wir haben natürlich ein bisschen was geholt auf der börse tatsächlich gar nicht so viel und vor allem relativ günstig weil ich muss wirklich sagen diese ganzen media box die darum liegen ig am allermeisten inzwischen einfach vorbei ihr habt ganz ganz wenig sachen auf meinem zettel kommt also ich habe schon ein paar sachen auf dem zettel aber so wirklich jetzt gesagt boah ja jetzt muss ich jetzt auf der börse holen so viel war es gar nicht und vor allem nix von diesen ganzen sachen die da jetzt rauskommen ich meine ganz ehrlich großteil ist irgendwelches repackzeug oder irgendwelche titel wo immer denkt ja die wären vielleicht okay oder zahligkeit 30 40 euro in einem mediabook überhaupt nicht ich bin generell nicht mehr bereit für ich sage mal 08 15 filme also standard filme übertrieben viel geld auszugeben dass sie einfach nicht mehr ein plus für irgendein verpackungszeug oder sonst irgendwas ich habe ein paar schöne sachen kriegt ein paar sachen von meiner von meiner liste aber vieles davon war auch günstig der ein oder andere zufalls fund war auf jeden fall dabei ich glaube dafür die raf der da gestern und live stream macht ans da oder seine ganzen updates schon präsentiert er hat ein bisschen mehr auf die kacke kann und der andi auch deswegen bei mir wird ein bisschen gediegen aber das darf ja auch mal sein ich habe jetzt die letzten tage jetzt schon ganze zeit lang kein video mehr gemacht weil ich habe gerade ein bisschen urlaub und meine frau ist da und wir machen andere sachen als dass ich mich jetzt auf dem computer hoch und irgendwie video macht jetzt heute auch kommt zum beginn der neuen woche jetzt bis mittwoch noch frei jetzt die viertelstunde zeit oder das nehme ich mir jetzt kurz da soll ich zumindest das mal zeigt dass du ein bisschen was hat für den wochen anfang und dann geht es weiter auch dann demnächst wieder mit sammlungs overview die haben wir jetzt am sonntag wieder nicht gemacht weil wieder nichts vor produziert habe ich bin heute er ist aber es ist also da müsst ihr bei mir damit leben es hilft ja nichts aber jetzt quatschen wir gar nicht so lange ja blöd umeinander sondern ich würde sagen wir starten einmal in mein update von der filmbärse in nürnberg die ich übrigens immer wieder großartig finde und ich habe es glaube ich schon mal gesagt im vergleich zu neues weil bis jetzt das einmal und wenn ihr das vergleicht die neuser jubiläumsbörse gut die war schon relativ groß aber die standardbörse in neues kam meiner meinung nach nicht mithalten auch rein von der fläche hier von der ausstellungsfläche hier mit nürnberg also ich finde die nürnberger börse ist wirklich sehr sehr gut es gab sehr sehr viel wühlkisten mit günstige blu rays also sehr viel was mich sehr gefreut hat meine frau vor allem die liebt immer diese wühlkisten wo er dann rumkurschen kann und so ich finde es super und ich habe so das gefühl da gibt es jetzt wieder ein bisschen mehr davon weil er zeitlang hat sie quasi nur media books geben ja ich glaube dass das sich langsam wieder ein bisschen anders ein pendelt was allerdings auch inzwischen in nürnberg sehr massiv vertreten ist sind halt diese ganzen bootlegs von den ganzen diversen netflix veröffentlichen und so weiter die werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr loswerden oder es stößt sich halt auch keiner daran ich meine würde es mir nicht kaufen aber es gibt anscheinend genug leute die holen sich das und ja das machen sich natürlich einige händler da zunutze wichtig ist natürlich auch immer wenn man auf eine fünfte geht preise vergleichen die preisunterschiede sind teilweise brutal ja also es sind teilweise preisunterschiede im zweistelligen bereich also zehn euro ja und es gibt da irgendwie ein ein frosch im haus entschuldigt bitte es gibt da wirklich ein paar händler die haben wirklich gefühlt apotheker preise ich zeige euch doch ein beispiel dafür jetzt geht es aber los mit dem ersten titel blu-ray mrs legen wir jetzt einmal los und tatsächlich ja jetzt soll ich mir endlich einmal kohle dennis little girl ja wir haben tatsächlich noch nie in der sammlung gehabt ich weiß da gibt es ein media book davon pieroli furei des media book kostet topisch viel geld ich habe mir jetzt allerdings entschieden sowieso dass ich die reihe weil das so viel gurken dabei sind in der pieroli furei die media book rei die media books wäre raushauen ich ruhe mir die kippkass fassungen und zwar von den filmen die mir gefallen und der rest fliegt raus ich habe da kein bock mehr drauf die sind zwar eh relativ günstig aber da gebe ich kein geld mehr dafür aus für die krampffilme da dennis little girl 18 euro war jetzt nicht super günstig aber jetzt eine brutal teuer das geht schon an cut edition natürlich war sonst ja den wollte jetzt einfach mal haben im kick ist ganz normal dann für einen relativ günstigen preis über 10 der preis ist immer noch hoch aber relativ günstig im vergleich zu die online preise teilweise das ist mutant das grauen im all für 25 euro jetzt wert wird der eine oder andere der meine videos verfolgt genau folgt sagen mutant oder sie doch erst kohle und ja das stimmt denn ich habe mir erst vor relativ kurzer zeit für den 10er war mitgenommen bei media markt oder was diese auflage holt mutant das grauen im all und zwar ist dass die auflage von m square beziehungsweise net m square entschuldigt bitte uc m one ist es die auflage hier gibt es auch am media book davon ja und jetzt habe ich mir aber sagen lassen grüße gehen an der stelle raus an den markus movie fan 1982 der mich der da ausführliches video dazu gemacht zu der veröffentlichung von von museum waren der zu mir gesagt hat du pass mal auf die an auflage ist viel besser auch vom buch her und so also das ist eigentlich die schlechtere auflage die neue die gibt es sehr sehr günstig und die alte auflage von anolis die hat einfach besser ist die kostet ein bisschen was gibt es auch in der media wo kannst netter zahlen und interessant ist auch auf dem cover sitze schon schaut euch mal die dame da an das ist praktisch ist nicht sensiert die cover da ist die bar busig drauf und auf dem cover orts beginnig oberteil ja das ist so und den habe jetzt auf jeden fall voran holen ist ja für 20 euro wenn man jetzt bedenkt dass die kipp cases vor 0 ist zu release meistens schon 20 euro kosten war jetzt der aufpreis ok bei ebay wenn man schaut ist die mra oft für 40 euro drin also sind die 25 euro mit sicherheit nicht super günstig aber ok und der film ist einfach großartig das ist ja meisterwerk ich finde den super der ist einfach der knaller deswegen wollte ich nicht haben und jetzt so schnell ist jetzt gar nicht so wie also die anolis auflage in der sammlung mutter das grauen im all dann hat es gegeben ich habe im moment so ein bisschen anspringen mit blu-ray erst auflagen und im markt niklas cage deswegen haben wir hier nur noch 60 sekunden für einen fünfer mitgenommen und ihr seht schon das ist so ganz alte blu-ray hier mit diesem silbernen links da ja das ist von touchstone glaube ich da die haben das so gemacht und natürlich kein fsk-flatschen oder sonst was wie gesagt irgendwie habe ich da im moment so ein sammelspleen von diesen blu-ray so eine ovp weiß nicht wer die wohin vermietet hat so ein spiel mit den ersten auflagen da habe ich richtig bock drauf und die gibt es teilweise einfach schon für wirklich wenig geld immer einen fünfer was soll es jetzt ist nur original verpackt also eben nur noch 60 sekunden mit niklas cage dann auch neu und hat mir einfach das cover angesprochen ich habe keine ahnung ob der film überhaupt was taugt wahrscheinlich wieder nichts taugen aber das cover ist schon relativ reißerisch ja für sieben euro childeater the young ones taste the best das ist glaube ich irgendwie so ich meine das cover ist also super oder genau und irgendein ja das ist also eine legende oder was von irgendeinem gruseligen fisch das kinder frisst oder ich habe keine ahnung ich weiß es nicht genau aber ich habe mir doch kommen ist wurscht für sieben euro nimmt man einfach einmal mit es ist doch egal und ansonsten stelle ist cover irgendwie schön hin oder nagelwandwand oder sonst irgendwas charlita genau was aber noch eine weitere blu-ray erst auflage jetzt bricht hier das sonnenlicht rein ins studio ja john carpenters ghost of mars den habe ich übrigens kauft beim lieben jussuf altmedia jussuf der ist immer in nürnberg und der muss ziemlich weit fahren immer glaube ich glaube der kommt von köln oder was irgendwo aus der ecke also der fahrt schon immer echt weit ja und der hat oftmals so willkisten rumstehen wo er so ein bisschen so out of print sachen rumliegen hat und da habe ich ja vor ich weiß nicht auf der vorletzten börse glaube ich da schon der 13 krieger bei ihm gefunden und der macht mir da immer einen ordentlichen preis muss ich also wirklich sagen props ja jussuf auf jeden fall guter typ immer mit gute angebote mein gutes mediapunkt zeug was er da hat das hat mich jetzt nicht ganz so interessiert ja aber wenn er dann immer so schöne solche schönen sachen hat wie jetzt hier eben ghost of mars und das ist wirklich nur die erste auflage noch mit unten den balken und diesem blu-ray aufkleber und das ganze ist sogar noch ovp einige leute mögen den ja gar nicht so gern den ghost of mars ich finde den super die haben auch schon in der sammlung in der nachfolge auflage die inzwischen auch schon out of print ist aber da immer dachte der wollte jetzt 15 euro für für den haben und dann habe ich gesagt komm weißt du was jetzt den nimmst jetzt mit einfach so einfach weil es kann und weil ich nur geld übrig gehabt und weil es eh schon wurscht war ja und deswegen passt es mal schauen was das nächste mal dabei hat weil ich habe noch so ein paar titel out of print sachen jussuf der name der rose schau mal ob es den her kriegst das wäre genau mein ding zum guten preis ja schreibt er das also schau mal das video jetzt an ich weiß nicht ob der meine videos hat ich habe keine ahnung aber wenn es wenn es das ist bitte schau mal den arme der rose brauche ich unbedingt aber jetzt habe ich erst einmal gott auf mars mitgenommen hervorragend ne john carpenter schreibt mir in die kommentare wie ihr den film findet ich finde super dann haben wir noch der war auf meiner liste ich weiß aber nicht mehr wie auf den kommen bin ich habe ehrlich gesagt keine ahnung ich habe den wahrscheinlich irgendwo mal gesehen in irgendeinem video von irgendeinem youtuber oder weiß der geiler was das ist lieber lief das ist anscheinend irgendein auf einem manga basierendes drama bissel blutig aber eine zu krass oder ich weiß es ist für schock entertainment ja die machen heute so ein geschmarrn da mit denen limitierten mrs ich weiß nicht was der scheiß soll ja für 15 euro normaler preis das passt schon und auf dem bin ich echt gespannt aber wie gesagt ich habe oftmals ich schreibe mir dann für mich auf liste auf und dann weiß ich nicht mehr warum überhaupt und wo ich den gesehen habe aber es muss ja ein sinn gehabt haben warum ich aufgeschrieben habe deswegen jetzt einmal auf jeden fall liver leaf in der sammlung im keep case ganz normal und dann haben wir nämlich in 3d noch fehlt den habe ich als ein sehr schönes die book aber nur in der 2d fassung das ist das ist richtig mainstream richtig mainstream warcraft der beginning für 10er die 3d fassung im lente schuber sehr sehr schön ihr wisst ja ich mag 3d für mich sehr sehr gerne und bei warcraft der beginning war tatsächlich damals im kino ich habe ja früher auch wie viele andere auch warcraft gespielt und vor allem world of warcraft gespielt über einige jahre ich meine spiele schon lang nicht mehr aber viele jahre gespielt und das ist wirklich ein guter film und ich weiß nicht ob da geplant war weil er heißt ja auch der beginning ob da noch weitere filme geplant gewesen waren ich weiß nicht ob der gefloppt ist oder warum es da nichts mehr gemacht haben die fanden auf jeden fall echt gut ich meine hinten steht darauf dass fantasy action epos des jahr ist ein mix aus herr der ringe und game of thrones finde ich jetzt nicht aber ist ja wurscht mir hat er auf jeden fall ganz gut gefallen ja damals im kino schon und deswegen habe ich jetzt in der sammlung auch in 3d warcraft der beginne dann für richtig wenig geld auch einen von meiner liste das ist irgendwas mit durchgedrehten tieren die da am rad drehen vielleicht so wie wild beasts oder sowas vielleicht in der richtung stelle mir das vor rettet die bestien hier für drei euro auf dvd ich glaube den gibt es auch nicht auf blu ray oder so ja so abenteuer tier abenteuer irgendwas filmt er hat nicht groß was drauf dass er kein bonus material oder irgendwas groß drauf sehr günstige dvd und ja da ich glaube da kommen ja irgendwas mit safari park und dann kommen da die tiere aus oder das ist schon klar wie ein bisschen sowie wild beasts ja und mit wende cover für drei euro das passt auf jeden fall war von meiner liste freue mich auf jeden fall drauf und für das geld was willst du falsch machen oder da haben die noch zufällig gesehen und habe ich mag tierer für mich diese tierer abenteuer für mich die liebe ich einfach ja und dann habe ich da zufällig am gleichen stand wie rettet die bestien habe ich gesehen rino safari zur hölle wenn der jäger zum gejagten wird mit einem anscheinend durchgeknallten nashorn das cover schaut also so sehr vielversprechend aus und ich habe noch kein tier oder abenteuer für mit dem durchgeknallten nashorn deswegen haben wir auch das passt auf jeden fall für drei euro ja der ist ab 12 wird also jetzt nicht super blutig sein von supremefilm bonusmaterialtrailer das ist natürlich der wahnsinn ja ich mein gut für 3 euro tv was soll es habe ich auch richtig bock drauf und das jetzt ein beispiel dafür preise zu vergleichen ihr habt den bei einem anderen stand gesehen mann alles für ich glaube 14 euro 15 euro ganz ganz ausdenken ohne schein im marken an holen stand wirklich wirklich gern aber die haben apotheker preise aber man muss fairerweise auch dazu sagen die haben auch oftmals irgendwelche raritäten rumstehen die ist heute woanders nicht kriegst das gehört auch mit zur wahrheit mit dazu aber die haben oft wirklich preise wo du sagst wo jeder was ist noch mit euch los deswegen da habe ich jetzt also über zehn euro gespart weil den haben sie halt massenweise für drei euro und dem anderen stand rumliegen gehabt deswegen immer wirklich der hinweis vergleicht wenn sie auf der börse geht es kauft euch das zeug bitte nicht beim erstbesten stand dreht es einmal eine runde und macht wirklich ein preisvergleich ja weil da spart man halt schon dann gewaltig dann habe ich mir in die sammlung kult den habe ich ja schon geplant haben den wollte man eigentlich online schon vorbestellen dann habe ich mir gedacht na weißt was ich schaue mal den gibt es bestimmt auf der börse weil das ding war mir nämlich auch online zu teuer der oder irgendwo 37 euro koste rede ist hier von rusted body das ist natürlich der dritte teil dieser ihr seht schon ganz of a virgin reihe genau und den habe ich jetzt hier für 28 euro kriegt bei ich glaube beim schenbrock stand ich bin mir nicht ganz ich glaube schon beim schenbrock stand für 28 euro mein wunsch cover anu da muss ich sagen das passt auf jeden musikus schauen ob die rückseite zeigen konnte dass ich da irgendwie ein 18 oder was drauf kriege ich heute mal da vorsicht dazu so dann geht es schon ja so genau grüße gehen übrigens raus an der stelle an den björn schwarze ja beste grüße den muster bitte anu besorgen und da erwarte schon anu review auf jeden fall dazu auf deinem kanal warum ich das jetzt extra sorgt schaut so mal beim björn schwarze auf dem kanal ich schaue mal vielleicht verlinke ich euch unten wenn ich daran denke wer es noch nicht gesehen haben sollte review zum guts of a virgin glaube vom zweiten teil hat er die gemacht und ich habe dazu ein reaction video gemacht zu sein zu seiner großartigen review deswegen ich hoffe dass da auch wieder zu machen wie wir björn auf geht's rusted body ist auf jeden fall raus genau aber kauft er bitte nicht wieder das kreisliche cover top das war der kreisliche cover davon und dann ein zufalls fund das letzte jetzt zufällig gefunden ist da nicht einmal auf dem tisch ausgelegt sondern in so eine gruschbox irgendwo und doch wie den gefunden severance ein blutiger betriebsausflug spiegelt wie die hölle da so schaut es aus eine hardbox von birnenblatt und ich finde die wirklich sehr sehr schön und das ist ja einer meiner lieblings ja das blätter fans blätter filme ich finde ihn großartig ja der ist einfach da haust du dich halt weg ist aber auch gut blutig das cover ist natürlich das ist wie heißt sie im film ich glaube maggie heißt sie das cover passt halt nicht so ganz zum film weil das macht so den eindruck als wäre das ein richtig ernster horrorfilm wäre brutaler slasher oder sowas das ist halt nicht aber ich finde das cover trotzdem wirklich schaut euch mal das an das ist schön sehr gezeichnet das cover gefällt mir richtig gut ja und das stammt ja nur so irgendwo aus den goldenen birnenblatt seiten weil ich mein birnenblatt das ist schon ein bisserl 99 stück gibt es davor bloß ja ein bisserl in verruf geraten wegen ja weiß halt irgendwie unzuverlässig sind und schlecht kommunizieren und so aber das ist eine schöne hotbox und ich habe die haupte natürlich im keep case ist klar aber damit auch na komm für ich hätte jetzt nicht einen haufen geld dafür zahlt aber für 25 euro das war es mir jetzt wert mir die schöne hotbox einfach mitzunehmen warum man nicht wundern ehrlich gesagt dass die nun gibt ich weiß nicht vielleicht haben die da noch irgendwo welche rumliegen gehabt rausgeruscht ich habe keine ahnung manchmal tauchen wirklich auf die filmbörsen filme auf die schon länger nicht mehr gesehen hast die sind dann auf einmal wieder da warum auch immer ich habe keine ahnung was die dort teilweise betreiben aber ist ja dann glück für uns deswegen severance holmes heute auch noch mitgeholt und damit sind wir auch schon durch ist es war nur ein einziges media book dabei und eine große hotbox ansonsten sehr viel standard quatsch aber ein netter kleiner stapel aber das war wirklich glaube ich habe gerade mal die hälften von meinem budget gebracht also ich habe dann auch noch was gefunden für den doktor grünframp grüße gehen raus der kriegt ja von mir jetzt endlich einmal sein paket die morris sammler alles mögliche zeug für den immer zusammen weil der kollege wohnt ja in österreich das heißt ich mache dann halt immer irgendwo was und dann schicke sie mal dran auf einmal dann kostet nicht so viel porto für den habe ja was nettes gefunden auf der börse und so sind alle zufrieden und allen geht es gut und es war schöner sonntag und es war einmal wieder wunderbar und das war es jetzt auch schon für das video ja und jetzt hilft mir natürlich gern eure meinung in die kommentare schreiben ja war sie vielleicht auf der filmbörse sollte mich wenn jemand auf der filmbörse in nürnberg ist irgendwo rum rennen sehen von meinen zuschauer hat es mich gerne an dürfte es natürlich gern machen quatschen ein bisschen ist überhaupt kein thema ich weiß sie nicht ja ja könnte mir gerne an quatschen überhaupt kein problem ansonsten genau eure meinung zu den film vielleicht in die kommentare geht es dem video gerne einen daumen hoch oder daumen runter je nachdem wie es euch gefallen hat ich verlinke euch da noch ein bisschen was zum anschauen da könnt ihr gerne den kanal abonnieren wenn sie es noch nicht macht und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten video wieder und ich wünsche euch nur eine ganz wunderbare woche macht's gut bis denn ciao und servus